Warum hältst du an? Auf diesem Gelände kann ich nicht mehr weiterfahren. Der Staub hat dem Wagen so sehr zugesetzt, dass wir kaum noch vorankommen. Wir laufen. So, Lacko Actual, hier ist Winter. Wir brauchen einen Fußweg zur Einrichtung. Verstanden, Winter. Aber vergessen Sie das Register nicht. Oh, spektakulär. So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Alien Colleges Marines. All right. Geht ja schon ganz gut los hier. Ja, und zusammen wieder mit meinem Kollegen Shikamaru sind wir wieder unterwegs, um die Aliens einzuheizen. Ja, hab ich auch geguckt. Okay, äh, so. Ja, endlich mal wieder auf dem Planeten. Wow, was kommt da angeflogen? Oh, ich hab schon gehört. Ja, ich auch. Aha, Kontrollpunkt erreicht. Wenn wir mal Bella und O'Neal hinterher waren. Ja. Ja, und heute musst du mal ein bisschen so ansprechen übernehmen, weil, äh, erkältet. Ja, okay, okay. Also, wie gesagt, wenn ich nicht so viel Quatsch stehe, liegt das da an, dass ich mich überhaupt nicht konzentriere. Was, alle, man runter? Achso, man bückt sich automatisch. Das ist ja schön. Wo sind wir über Blanke? Weil hier links ist auch noch ein Weg. Ja, einfach Bella hinterher. Bella und O'Neal hinterher. Ja. An dem Bein musst du dich orientieren. Okay. Oh, hier wurde aber ganz schön... Wo bist du? Hier, hä? Ja, ich komm schon. Ich kann nicht so schnell, wenn die... Wenn die komischerweise funken, alter, kann man nicht laufen, ey. Das ist zum Kratzen. Ja, aber du trödelst aber auch immer so ein bisschen umher, ne? Und nur was gucken. Naja, gucken kann's auch im Tierpark. Oh, das Festball ist angerichtet. Sieht ja gut aus. Ja. So. Hier zum Anfang wirst du nicht gleich Wegmarken finden oder irgendwas. Habe ich hier wieder irgendwie seltene Waffen? Ja, ja. Hast du dafür? Ja. Ach, da, Madi. Drei Erkennungsmarken, drei Audio-Logs und legendäre Waffe. Okay, dann. Schon wieder eine Shotgun oder eine Smartgun. Keiner war, was da bist. Wui. Irgendwo warnt der Aliens. Ja, ich hab was auf dem Radar. Äh, ich kann mein... Wow. Das ist schon scheiße. Wow. Ich kann meine Waffe nicht zurück switchen. So jetzt. Das ist ja Kacke. War wohl grad. Psch, 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 psch. Abgefahren, sagt O'Neill. O'Neill sagt abgefahren. Ich feuere. Uh. Wow. Gefeuert und ich bin der Strohmann. Der Köter. Du bist die Strohpuppe. Ich bin der Köter. Ich bin der Köter. Miau, ne? Ja. Yes. Oh, oh. Ey. Stimmt doch endlich. Alter, meine Knarre ist jetzt richtig geil. Echt? Mit den Schalldämpfern drauf und mit diesem Visier, was ich da hab. Oh, da kommen sie von der Decke. Wow. Also sehr intelligent sind die Fiecher aber nicht gerade. Na, die machen aber auf mich schon einen guten Eindruck. Ha. So. So, also meine Rüstung ist voll. Au, au, jetzt nicht mehr. Alter. Wo war jetzt nochmal die Rüstung da? So. Das Fies erledigt. Ja. Also ist er noch. Heiz ist noch? Ich weiß nur nicht, ob das da drin ist. Ach so, da ist es, siehst du? Okay. Ich komme. Das ist ja gar nicht. Wow. Oh. Ich bin gerade nach Nachladen. Gut stieblich von mir zerplatzt. Und irgendwie wird auch die Wuny ein bisschen knapp. Bei mir. Aber wir haben ja noch, Gott sei Dank ja noch andere Waffen, ne? Zur Not. Ach da. Hä? Was schießt der? Ja, da oben hatte ich einen Alien versteckt. Ach so. Alles klar. Oh, ey. Das geht bei mir mit dem Sprechen total scheiße, ey. Wow. 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 Sehr schön. Ich habe einen Alien in der Nase. Ah. Verdammter Hakt. Schüttel die ab, schüttel die ab. Ja. So, wo sind die? Da. Der ist tot. Yes. Und noch mehr. Ist nicht nur dieses eine, viel. O'Neill. Viel, viel. Scheiße, versprochen. Meine Rüstung, meine Rüstung, die geht langsam zu. Wir kommen auf irgendwas, äh, einen Texlock oder eine, äh, Hunde-Marke zu. Oh, Bella ist in Gefahr. Ah, ah. Ich muss hier liegen, Hunde-Marke auf diesem, äh, gelben Cover. Ja, ich hole mir erst mal Rüstung. Ja. So. Da muss man sich auch immer mal mal schaufeier, weißt du, äh, da, 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 bilden ich auf einmal schon wieder weg, äh, das Griechen-Tier. Ja. Hast du, hol, hol, hol dich auf dem gelben Cover? Ich bin dabei. So. So, eine Hunde-Marke. Yes. So. Yes, 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 yes. So, wo sind die anderen beiden jetzt sind, darum gedrannt, wa? Ja. Okay. Ich hab' gesprungen, keine Angst. Ja, ich hab' schon gehört. Ja, das war eine Anspielung, auch was. Oh, was passiert jetzt? Sackgase. Sackgase. Ich geh mal hier hoch. Kann man noch. Noch geht das hier. Ah, und was will ich jetzt wählen könntet zwischen Planeten und, äh, irgendwelchen verdichteten Gebäuden? Ich nehm, glaub ich, die Gebäude, weil irgendwie kann man nicht in dem Wetter sehen. Oh, ich finde das Arsenal aber eigentlich nicht so schlecht jetzt. Man kann schon noch ein bisschen besser zurückweichen, wenn die da angehübt kommen. Die sind so ein bisschen auf Kuschelkurs immer. Ja. Oh, scheiße. Ja, im Biatz. Am besten ist immer, wenn man da viel rankommen lässt, wegschlägt und dann draufschießt. Ja. Komischerweise geht die am schnellsten mit kaputt. Aber meistens kommt man nicht so schnell dazu. Kaputt. Boah, ey. Ich bin nicht... Ich hab voll die Stotte nie, das ist eh. Das ist egal. Oh, 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 scheiße. Alter. So. Ey, du Mist. So. Da. Oh, ich bin verätzt. Versorgung. Die sind auf Kuschelkurs hier. Die haben dich zum Fressen gegeben. Oh, da hinten ist wieder Rüstung und Munition. Ja, aber von links haben wir gleich irgendwas. Brauchst du hier die Moody? Ja, wäre nicht schlecht. Dann nimm sie dir. Aber müsstest du auch gekriegt haben, ne? So. Also in RL verseucht und im Spiel verätzt. Das habe ich gerne. Oh, vor uns kommt wieder was. Ja, ich sehe das schon. Oh, 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 oh. Alter. Was, was, was? Alter, das sind diesmal andere Aliens, die springen. Ah, die Splitter ist, Alter. Die... Damit habe ich schon mal gespielt. Mit dem Alien. Im... Versus-Modus. Ach, Granate haben wir auch noch. Stimmt, ja. Ich habe auch eine geschmissen. Yes. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich keine mehr. Fight, vernichtet. Oh nie, gib mal nicht so an hier. Ich habe die Rückendeckung gegeben, du. Kleiner Gnom, du. Links, 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 links. Links, 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 kommt irgendwas. Ah, ja, die sind da hinten alle an der Wendel. Leck mich aber. Ja. Wow. Die sind aber... Au, verdammt. Ja, wir müssen hier aufpassen. Die Viecher sind ja auch im PvP. Aber die selber spielen, sind die richtig scheiße. Also man kann nicht so viel mehr mit Händel wie mit den Viechern, wo man mit Krallen so... Und generell und sowieso. Wir haben dich schon... Da vorne sind auch an der Wand, da hinten, da. Siehst du das? Da hinten war da, was da so leuchtet. Ach so. Ach da, ja. Ja, die kommen aber erst mal, wenn wir so weit sind. Ach, leck mich am Arsch, Alter. Nicht gut. Da hinten sind auch Rüstung. Ja, ich bin schon auf dem Weg dorthin. Vorsicht, war vorne. Ich glaub, die Rüstung kannst du gebrauchen, ne? Äh, zählt doch für uns beide, wenn wir aufnehmen. Ach so. Aber ich hab auch... Ja, aber nicht, wenn du komplett leer bist, zählt das nicht für uns beide. Ach so. Dann zählt das immer nur für dich erst mal. Erst wenn du voll bist. Ach so. Oder teilweise voll bist. So. Oh, leck mich am Arsch. So, da wollen wir mal hier... Äh, von vorder, von vorder, von vorder. Ja, ja, ich sehe... Hä? Nee, wegschlütze. Hä? Ich schau jetzt mal da hinten eine hin. Willst du uns verarschen? Wir müssen aufscheuchen. Wo müssen wir eigentlich lang? Ach so, hier rechts. Über euch! Was? Oh. Nix. Ich sehe auch nix. Oh. Hä? Ja, von da, von da. Nicht Blindfisch oder was? Nee, nee, die sind an der Decke. Die hängen an der Decke. Der ist weg, der ist weg. Ich schieße immer nur auf die Leichten, Ewa. Ich bin Leichenflädterer. Gott. Da! Wow! Ah! Wo ist der jetzt? Ah, an der Decke. Den habe ich gesehen. Der ist all runter wie eine verfaulte Verpflaume. Ja. Wow, was ein Massaker hier. Mein letztes Magazin, glaube ich. Der ist tot oder nicht? Der ist tot. Okay. Ich wollte nur noch mal auf sicher gehen. Nur mehr. Sicher. Also mir gefällt die Höhle hier nicht. Nö, wirklich. Aber warum macht mein Gewehr immer so eine scheiß kurze Feuerstöße, Alter? Irgendwie muss ich... Weißt du, vielleicht hast du da irgendwie was verkehrt ausgerüstet? Nö, irgendwie gibt es halt auch so eine Funktion, womit du die Feuerrate verändern kannst. Muss ich nachher mal offscreen oder so mal ein bisschen in der Systemeinstellung gucken. Alter, was der... Also meine Waffe, die ich jetzt habe, so mit den Schaltdämpfer drauf und mit dem erweiterten Ding unten. Und... Ist ganz gut. Also da kann ich richtig auch aus der Ferne richtig interagieren mit. Cool. Na guck mal schon mal, ich muss immer mehrmals meine Maustaste drücken. Nö, ich nicht. Achso, ja, du hast dieses Flammenwerfergewehr, ne? Hab ich? Nee, 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 hab ich nicht. Ich kann damit auch gerade anfangen. Weil die, weil die, weil die Waffe ist nämlich, äh, da musst du nämlich mehrmals die Maustaste drücken, weil die nur so ein, wie so ein Einzelschuss hat. Warte mal, ich wollte mal kurz eine andere rausrüsten. Äh, wer ist das denn? Wow, hier ist es Rüstung. Ich nehme es mal auf. Hier, oh. Ah ja, stimmt, ich habe auch als Witzschalter, weil jetzt kann ich hier mit, auch mit, äh, Flammengranaten umher angehen. Sehr schön. Hui. Was kommt die denn da? Keine Ahnung. Wella und O'Neill. Ja, aber momentan geht irgendwie die Krippe ziemlich doll rum, ne? Also... Ja, aber ich war im letzten Jahr schon mal krank gewesen, so richtig voll fett, aber... Ja, na ja. Oder das ist bestimmt, weil ich, wenn ich immer aus dem warmen Auto ins kalte Reihen steig und wieder... Ah, jetzt kommen wir wieder auf mein Areal. Auf dein Areal? Auf dem ich mich am Arbeiten bewege. Enge Gänge. Äh, scheiße. Irgendwie habe ich heute voll den... Ja. Ja. Ich hätte besser sagen können. Ja. Alter. Äh. Wow. Auf jeden Fall sammeln die sich irgendwo. Die laufen irgendwo her, die Viecher. Die Tür bewegt sich nicht. Die haben wir vor. Wir müssen sie eintreten. Oder aufschweißen. Naja. Und die Lose, unser Rambock. Oh, ho, ho, ho. Bellalee krägt schon umher. Oh, ja. Die stirbt ja übrigens. Da ist ja noch. Äh, komm mal da rein. Da ist doch Rüstung. Ja, von der anderen Seite. Denke ich mir mal. Alter, wo laufen die Hinti-Viecher? Wow, wenn du hier runterfällst, ich glaube, das war's. Ja. Komm, bist du... Das war's. Was, bist du runtergefallen? Ja, ich wollte mal gucken. Alter. Das war eine botenlose Frechheit. Du wolltest dich bloß wieder aus dem Staub machen. Nee. Nee. Ach, da kommen wir zu Dingsbums. Zur Rüstung. Äh, ja. Aber kannst du nicht bauen, weil du voll bist, wa? Äh, Moment. Ich muss jetzt mal hier gucken, wo die Rüstung gut ist. Unten war sie. Unten hab ich nix gefunden. Ja, dann bist du voll. Scheiße. Jetzt Feuer! Feuer! Oh, ich muss nachladen. Verdammt, verdammt! Nein! Das war gerade ein Feuer-Fail, wa? Was ist denn da tiefe ein Scheiß? Äh... Boah, vor meinem Lüse zerplatzt. Komm, du hoffst, da gleich wieder scheiß Dreck. Kontroll.com, wa? Oh, Alter, ich bin ganz schön Abel down. Jetzt kriegen sie auch schon auf die Deckung, wie du mir. Äh, ah. Gut getroffen. Hat diese Waffe, die du da hast, einen Einzelschuss, oder was? Ja, ja. Aha. Was ist diese, diese Kurzwaffe da? Die ist da hier leer? Achso. Deswegen bin ich schon gewundert, was hier so, äh... so pistolmäßig, umherballert. Äh, die war das. Premierwaffe. Austauschen. Dies leer. Die könnte ich noch mitnehmen. Die nämlich mit. Das ist unser Weg raus. Los, Bewegung! Lass mal einen Kontrollpunkt wiederkommen hier. Oh, da war ja ein kurzes Vergnügen, wa? Ja. Hier ist nur Rüstung. Oh, auf was schießen die? Nein! Ob da oben. Wow. Zwei Stück. Wow. Nein, lass mich in Ruhe! Da hatte ich eine. Ich bin tot. Boah, toll. Apparat verwundert, helfen Sie ihm. Ey, ich hab vor allen Dingen den gar nicht kommen sehen. Na ja, so kann's gehen. So kann es gehen. Fuck. Ja. Wie? Ähm, mehr. Ach. Aber jetzt bin ich jetzt auch wieder dabei. Ja. Okay, die kann das. Okay. Ich würde mal die Waffe jetzt erstmal nehmen. Um die Sonne, die Ballett. Munition zu sparen. Ah, die hat nur so eine drei Feuerstöße. Irgendwo kann man da doch verändern, ey. Diese Waffe. Welche ist das jetzt überhaupt? Ja, das kannst du in der Einstellung ausrüsten, wenn du da die Punkte hast. Ne, ne, das kann man auch so. Man kann den Feuermodus auch verändern bei dem Knarren. Ja, wie willst du das denn machen, wenn du das nicht ausrüstest? Das brauchst du nicht ausrüsten, das ist eigentlich, äh... Ja, nun komm jetzt mal. Warte mal, ich will mal... Ich nehme mal die Shotgun wieder mit. Ich nehme mal die Shotgun wieder. Bevor du hier wieder... direkt ein... ein Aufbastel-Heini machst. Und nicht vergessen, halt dich vor der Grube da vorne fährt. Ja, mach ich. Nicht, dass du da wieder runterstürzt. Gut mitgedacht, Bill. Los, O'Neill, mach auf das Brett. So, mach auf das Brett, du. Quatsch nicht in die Dialoge rein. Ja, ja, und du hast auch einen Schaden. Ja. Oh, guck mal, da ist ein Loch. Oh, ein Höllenlärm. Ob ich da mal reingehen sollte? Ist so rausgerutscht. Ich geh vor, damit wir nicht der Alexeynus und Yyua schlecht im Umkreis auf uns aufmerksam machen. Oh, mach auf das Brett. Psst. Alter. Ach, das gewählt ist das. Scheiße. So, Bella, du mach auf hier, nachdem du uns gesagt hast, wir sollen wachsam sein. So. Ja, ich würde sagen, Ladies first. Men last, ja. So. Du sagtest ja hier unten, ne? Ja, jetzt ist er bestimmt nicht mehr da. Ach, hast du gewonnen? Ja, um die Ecke. Sag ich doch. Ich hätte bloß um die Ecke gucken müssen. Ja. Jetzt weiß man's. Was feuert der? Denk hat auch nicht viel Schuss oder so, nur 15. Ja, ich hab sie. Ich hab dieses Gewehr auch. Oh. Wenn wir direkt vor der Linse gelaufen sind. Oh. Ich mein, wir müssen pump, action hier. So, schnell der hier. Nachladen. Alter, wo kommt der hier? K, 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 K. Ich hatte den vollen Visier. Feind vernichtet. Okay. Feind vernichtet. Hast du was gefunden? Irgendwie Waffe oder so, ne? Ja, nicht wirklich. Los, Bewegung! Bewegung! So, dann kommen sie da oben, glaube ich, ne? Da oben. Oh. Oh, ich muss nachladen. Aber irgendwann hat man schon wieder... Hier vorne, vorne. Was verwischt, ja. Irgendwann von Recht habe ich gerade angegriffen. Nee, angespieß erledigt. Okay, habe ich. Ach, du, jetzt kommt von hinten. Von hinten. Von hinten? Der hat mich ja in der ganze Zeit angesprochen, diese Drecksratte. 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 So. Hier ist noch Moni. So. Ach so, schon. Hab ich gerade eingesammelt. Ja. Ich glaube, wir kommen auf die legendäre Waffe drauf zu. Oder ein Textblock. Also, seid ihr da rein runtergesprungen? Ja. Okay. So, ich würde mal sagen, wir machen hier an der Stelle erstmal eine Aufnahmepause, wa? Warte mal kurz. Ja, machen wir. Jo. Okay, wir machen jetzt hier an dieser Stelle eine Aufnahmepause und sehen uns in der neuesten Folge wieder mit Aliens, Colonel, Maruins. In der nächsten Folge. So, okay.